So meine Freunde, meine Frau hat gerade erstmal ein neues Spielzeug gefunden. In der Grabbelkiste noch, da war noch was drin. Ah, ab und zu muss man ja auch mal was Neues bieten. Shoppen war sie heute ja schon, in der Rewe-Tüte. Und jetzt haben wir da einen schönen Stab noch gefunden. Dann geht sie gleich erstmal wieder steil. Oder meine Frau, einer von beiden auch. Ich bin mir gerade nicht so sicher, wer jetzt hier steil geht. Weil die Katze ist gerade leicht verwirrt so. Schatz, soll ich das Ding nehmen und du gesetzt dich zu der Katze? Ich weiß gerade nicht, wer mehr hier dreht. Von euch beiden. War mal nicht so wild. Guck mal, lass mal baumeln. Guck mal, ich weiß, ich weiß. Das ist voll cool. Mach mal. Ja, cool. Fung. Cool. Ja, können wir ja mal bei Gelegenheit mal schauen, ne. Ob wir hier mal was Neues kaufen, so diese zusammengestellten Kisten, ne. Also die sind schon ganz cool mit Katzenspielzeug. Das ist auf jeden Fall wieder was Neues, so, ne. Ja, geht immer. Das geht immer mal um. Und das war knapp. Ja, meine Katzenfreunde, ne. Man muss die am Tag so ein bisschen rocken, so. Das nützt alle nichts, so. Wie gesagt. Dann geht's denen auch richtig gut. Ich hoffe mal, dass unser Vermieter jetzt in Quark kommt, wegen unserer Markise. Dann kann ich das Katzennetz anbringen auf dem Balkon. Das wäre natürlich super. Ne. Dass sie dann halt auch draußen sitzen kann, ne. Oh, Mama dreht völlig durch jetzt. Schön lang auch die Strippe, ne. Das ist cool. Sonst können wir ja hinten am Ende noch ein Glöckchen dran machen. Oh, meinst du, brauchen wir nicht. Braucht man gar nicht. Braucht man gar nicht dran. Oh. Hüpfen. Zack. Genau. Ich weiß auf jeden Fall, wer gleich wie in der Ecke liegt. Unter dem Pen ist. Mama. Zack. Rauch runter, rauch runter. Rauch runter, Freunde. Ja, das sind ganz tolle Tiere aus unserer Sicht. Wie gesagt, ganz schöne Katzen sind das. Ich kann mich den ganzen Tag mal zugucken. Echt? Ja. Schon klasse. Ha, sie hat noch Energie, ne. Ohne Ende. Ja. 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 Boah, Schatz, lass doch mal baumeln. Ehrlich, beim Film kriege ich schon einen Kreis in dir. Echt, mach mal. Boah. Jetzt kriege ich das Ding gleich nur abgefletscht hier. Okay. 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 Das ist cool, ey. Boah, der hat immer noch nicht genug. Wahnsinn. Wahnsinn. Fünf Monate ist sie jetzt, ne? Ja. Fünf Monate. Bin mal gespannt, aber ich glaube, so viel kommt da nicht mehr bei. Was sagt ihr, meine Katzenfreunde, russischblau, kommt da noch viel bei. Die Augen werden auf jeden Fall noch grüner, ne? Auf jeden Fall, aber so von der Größe her glaube ich nicht, dass da noch viel bei kommt. Vielleicht ein paar Zentimeter, aber. Ja, schon cool. Schon cool, meine Freunde. So. Da mache ich jetzt erst mal einen Cut. Schatz, meinst du nicht genug erst mal? Geht noch, ne? Was ist denn da? Geht noch, ne? Es geht noch. Entspurt? Boah, Entspurt. Finale? Finale. Boah, jetzt. Boah. Boah, scheiße, was machst du da mit der ganzen... Okay, alles klar. Bis dahin, Freunde. Ciao.